Und nahtlos geht's weiter. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Veya Billions und mir eurem lieben Zigeru. Dankeschön fürs Einschalten und so schnell rede ich es uns nicht. Okay, was wartet auf uns? Auf uns wartet ein heftiger Kampf, Vernichtungskrieg gegen diese Zombiehorden solche Spucker-Viecher. Ekelhaft. Wir müssen das so gut es geht. Müssen wir die irgendwie bezwingen. Geht am besten wirklich mit den Abwehrtürmen, die ich hier gerade baue. Die sind klasse. Jetzt könnte ich, glaube ich, die Dinger hier upgraden, ne? Ach, da brauchen wir Öl. Ölplattform. Zack. Haben wir noch irgendwo Öl? Ne. Doch da hinten. Da. Da ist noch Öl. Jetzt sehen wir hier auch mehr. Und genau wie hier. 20 Öl? Das ist viel. Diese Verteidigung hier muss tatsächlich stehen bleiben. Die ist notwendig. Endlich ist sie fertig. Achtung. Technologische Forschung ist fertig. Achtung. Technologische Forschung ist fertig. Ein paar weitere Mauern bauen ist nicht schlecht, um die Gegner vorher schon abzufangen, weil ich weiß nicht, wie groß dieser Sturm gleich sein wird. Kann heftig werden. At your service. Let's go. Äthanas wäre nicht schlecht. Der Feuerspucker ist schlecht, weil der muss in Nahkampf. Und der platzt uns vorher. Das heißt, äh, ja, wir brauchen jetzt erstmal das Ingenieurszentrum hier oben. 30 Arbeitskräfte, Energie, 50. 50. 50 Energie. Okay. Okay. Es ist noch nicht so weit. Es ist noch nicht so weit. Wir gehen jetzt hier hin und räumen jetzt auch hier bis zum Süden auf. Und dann weiß ich nicht, ob hier noch irgendwo ein Haus unten ist. Aber was ich weiß, ist, dass wir Holz brauchen. Wir brauchen Holz, weil wir Kraftwerke bauen wollen. Das ist noch nicht so weit. Die vermehren sich wieder so stark. Also sobald man die einmal gecleared hat, wenn man sich dann 10 Minuten gefühlt zurücksetzt, dann kommen da wieder überall welche raus und sitzen wieder vorher, sitzen wieder an den absolut gleichen Stellen wie vorher. Wieso Schaben? Wieso Schaben? Und jetzt? Wieso ist das? Wieso? 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 So, hier ist alles sauber, hier ist alles sauber, bis hier, hier dürfte auch nichts mehr rumlaufen, das heißt uns führt der Weg jetzt hier rüber. Die Häuser stehen, der nächste Zug muss hier Leute bringen, wir haben wieder ein bisschen mehr Nahrung, weil diese Dinger doch schon einiges an Nahrung bringen. Ja und dann muss ich Holz produzieren und ich muss dringend ein Kraftwerk bauen, das geht einfach nicht anders. Er ist großartig. 100% ist hier noch was. Das ist gleich fertig. Das wird möglich sein. Achtung, lass uns gehen. Ich werde zuerst töten. Ich werde zuerst töten. Komm schon. Lass sie holen. Lass sie gehen. Lass sie gehen. Alles klar. Lass sie gehen. Lass sie gehen. Lass sie gehen. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Schrauben! Ist auch kein Haus mehr. Alles klar. Aber hier ist Nahrung, ne? Ja. Great idea. Come on. Wir haben alle Dörfer des Verderbens vernichtet. Ich hoffe. A horde of infekte are on their way. They are approaching from the north. Okay. Diese erste Wand wird die nicht ganz aufhalten, aber wir werden uns an der zweiten Wand positionieren. My rifle is ready. Orders, Sir. Understood. The train has arrived at the station. Let's go. Let's get lost. Sorry, Sir. I was cleaning my weapon. Come on. Just tell me what to do. Sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus. So. It's okay. Let's do it. Okay, geschafft. Sehr gut. So, und jetzt müssen wir uns bemühen, die Bevölkerung hinzubekommen, also die anderen Aufgaben. Aber die kriegen jetzt von mir Befehl. Die kommen jetzt hierher und kriegen den Befehl, vernichte alle Infizierten auf der Karte. Ron Harpatz, Nahrung. Wir holen hier wenigstens ein bisschen mehr Nahrung raus. Und dann, wo ich jetzt auch kleben bis Nahrung abhauen kann, ist hier. Und wir müssen halt an mehr Eisen ran. Das geht so nicht mehr. Nächste Eisenwand ist hier erst. Die chasen jetzt hier die letzten Zombies weg von der Karte. Wenn sie gleich stehen bleiben, ist das Thema durch. Interessante Sache, ne? Wenn die so jagen gehen. Achtung. Achtung. Building completed. Das war's für heute. Das war's. Nächster Haken. Widersetzte ich einen Schwärmen und unsere Kolonie muss 1.8 kriegen. Achtung. Building completed. Wisst ihr was? Wir bauen hier einfach nur eine Mauer. Ich brauche hier kein Tor. Ich brauche hier nicht mehr. Na, updaten wir erstmal die. Erstmal das Beste hier oben rausholen. Jetzt kommt gleich die Nachricht von allen Seiten, schätze ich mal. Bisschen Panik habe ich. Ja. Okay. Ich erwarte, es gibt einige schwächere Stellen. Einige sogenannte Weak Spots. Reporting for duty, at your service. Reporting for duty. Nur mal gucken. Bevor ziehe ich die da auch wieder weg? Reporting for duty. Tell me. On your orders. Order, sir. Commander, at your service. Reporting for duty. Tell me. Ready and waiting. Ach, ich weiß ja nicht. Ach, ich weiß ja nicht. The train has arrived at the station. Alright. Attention. Order is served. Just guide me to the infected. Just tell me what to do. Let's go. Reporting for duty. So ein Schocktower, gehen wir hin. Reporting for duty. They are attacking the colony defenses. Our buildings are being... ...ge Rabiatациacai. We are going in front of the others. We are going to shoot next. Reporting for duty. Our defenses are being attacked. Tolling and weaponers. Tolling and weaponers. We are going in front of the others. Tolling and weaponers. Oh, ha! Oh, ha! Ja. Isto tudo ok? Oha! Ok, wer hätte damit gerechnet? Ich glaube, wir verlieren. Ich glaube, wir verkacken. Das gibt's noch nicht. Das haben wir verloren, Leute. Oh! Schande! Wo sind sie durchgebrochen? Sie sind tatsächlich durch die stärkste Wand und durch die stärkste Wand durchgebrochen. Von hier unten. Damit habe ich nicht gerechnet, dass es so heftig wird. Ich dachte, unsere Abwehr reicht. Wir hatten nicht genug Soldaten. Ich würde das auf die zu leichte Schubbe genommen. Schade! Schade! Ich werde das jetzt so handhaben. Ja. Wie werde ich es handhaben? Nochmal alles von vorne oder euch mit dem Video hinzurufen, wenn ich schon eine Base habe. Ich werde mir was überlegen. Okay. Gehört dazu. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Schade! 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 fen